hallo mein lieber robbie wir haben etwas gemeinsam ich glaube sogar sehr vieles zum einen mögen wir uns sehr als meine familie und ich dich kennenlernen durften waren wir aber alle sowas von tief beeindruckt von dir weil du bist wirklich ein ganz besonderer und wunderbarer mensch und das ist mein voller ernst dann unsere innere unruhe diesen drang sich zu bewegen den teile ich auch mit dir was ich nur ansatzweise mit dir teilen kann und so gut wie überhaupt nicht verstehen kann ist wie man sich aus so einem tief in dem du gesteckt hast durch eigene kraft befreien kann deswegen würde ich dich auch gerne hier in eupen mal wiedersehen und wir würden auch gerne das was du erlebt hast mehreren menschen vorstellen wenn ich noch eine sendung hätte ich hätte dich längst schon eingeladen aber leider habe ich keine sendung mehr nun hast du eben diesen traum vom nord zum südpol zu laufen den teile ich auch nicht wirklich aber ich verstehe dich ich bin in gedanken bei dir aber verstehe bitte auch dass ich ein bisschen angst um dich habe und dass ich weil ich dich so gern habe auch unbedingt möchte dass du gut nach hause kommst also pass auf dich auf denn du bist mein freund alles liebe